Hallo und herzlich willkommen zu Dialog Gesundheit. Ich habe mich wirklich sehr auf den Termin heute gefreut, auf diesen wichtigen Vortrag. Es geht um eine wirklich große Volkskrankheit, die schlimme Folgen haben kann, aber nicht muss. Bluthochdruck und seine Auswirkungen auf Herz und Kreislauf. Man nennt Bluthochdruck auch den stillen Killer. Und warum das so ist, das erklärt uns heute Prof. Dr. Peter Schwimbeck, Direktor der Medizinischen Klinik 1, das heißt der Kardiologie der internistischen Intensivstation und der Hochdruckkrankheiten. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns. Vielleicht hört man es gleich auch Prof. Schwimbeck so ein bisschen an. Sie kommen nicht aus dem Rheinland, Sie kommen aus Bayern. Richtig, ja. Aus Bayern, obwohl das inzwischen ja schon sehr lange her ist. Ja. Also schon viele Jahre. Aber ich erinnere mich, in der Pandemie, als wir noch die selbstgemachten Mund-Nase-Schutzmasken getragen haben, da hat Ihre Frau Ihnen eine weiß-blau kariert. Ja. Ein bisschen Patriotismus darf schon sein. Ja, nach all den Jahren. Sehr schön. Ja, nee, Sie sind von Bayern damals, da haben Sie Ihr Studium gemacht, Ihr Medizinstudium in München. Und dann sind Sie für einige Jahre nach Kalifornien gegangen, hatten dort ein Forschungsstipendium. Es war ja wahrscheinlich auch ein ganz schöner Kulturschock, oder? Ach ja, Amerika ist ein schönes Land. Ich meine, ja, zwischenzeitlich kam es eben darauf an, auf den Präsidenten, da war es vielleicht nicht mehr ganz so interessant. Aber jetzt ist es ja sicherlich wieder gut. Und ja, es waren interessante Eindrücke und ich habe viel gelernt. Und ja, man kann auch woanders leben. Ja, das haben Sie ja kultiviert quasi. Genau. Sie sind dann ja nämlich zurück, nicht nach Bayern, sondern nach Düsseldorf an die Heinrich-Heine-Universitätsklinik, haben Ihren Facharzt gemacht. Und dann haben Sie als Oberarzt und leitender Oberarzt an der Charité in Berlin gearbeitet und dort auch ja habilitiert. Ja. Bis wir Sie dann 2004 ans Klinikum holen konnten, ne? Ja, genau. Sehr schön. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe Ihnen das auch schon mal gesagt, Professor Schwimmick, ich frage mich immer, wie Sie das alles machen. Denn Sie sind ja ziemlich umtriebig. Sie haben ja mehrere Forschungspreise gewonnen, sind Mitglied in verschiedenen Gremien, also der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, der Deutschen Hochdruckliga. Dann sind Sie noch ehrenamtlich tätig. Das heißt, Sie sind Prüfer bei der Ärztekammer. Wenn jemand Kardiologe werden will, dann gucken Sie, ob der das überhaupt drauf hat. Und Sie geben ja noch an den Leverkusener Schulen Reanimationskurs. Also, gut. Solange es Spaß macht, habe ich damit kein Problem, ne? Ja, sehr gut. Mein Tag muss jetzt nicht bloß acht Stunden Arbeit bedeuten. Ich arbeite gerne auch zwölf oder vierzehn Stunden. Aber Spaß muss eben auch, ne? Wie sagt das Ihre Frau auch? Ach, hin und wieder, ja. Aber nicht immer. Jetzt glaube ich. Schönen Gruß übrigens an dieser Stelle. So, gut. Dann, ja, geht es jetzt eben, haben wir Sie nochmal Ihre Zeit gewonnen für den Vortrag über Bluthochdruck. Wir sind nämlich gerade im November in den Herzwochen. Das ist, der ganze November beschäftigt sich dann rund um das Thema Herz und den organisiert die Herzstiftung. Und wir haben deshalb auch einen ganz lieben Gruß von Gabriele André. Das ist die ehrenamtliche Beauftragte der Deutschen Herzstiftung für Leverkusen. Hallo und guten Tag. Ich bin Gabriele André und bei der Deutschen Herzstiftung als ehrenamtliche Beauftragte in Leverkusen tätig. Im Namen der Herzstiftung begrüße ich auch Sie zu dieser Veranstaltung recht herzlich. Unser Anliegen ist es, nicht nur zu den Herzwochen Wege aufzuzeigen, wie Herzkranke, Angehörige und auch Interessierte an Informationen kommen können, die Ihnen in der jeweiligen Situation helfen können. Dazu gibt es viel Informationsmaterial, zum Beispiel auch die Broschüre, Hochdruck und vieles mehr. Eine wichtige Informationsquelle sind auch Selbsthilfegruppen. Und wie geht Selbsthilfe? Der vertrauliche Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen, die Erkenntnis, wie andere Patienten mit ihrer Krankheit umgehen und wie sie mit positiver Einstellung die Nachteile im täglichen Leben bewältigen, hilft auch Ihnen selbst, die eigene Situation besser einschätzen zu können. So geht Selbsthilfe. Abschließend noch eine Anregung. Beherzigen Sie bitte, was Ihnen unser Logo sagen möchte. Hab ein Auge auf dein Herz. Und damit Sie das noch besser machen können, hören wir eben gleich den Vortrag von Professor Schwimbeck zum Thema Bluthochdruck. Das ist nur der eine Teil der Sendung heute. Im zweiten Teil können Sie Fragen stellen. Vielleicht kennen Sie das schon. Wenn nicht, erkläre ich es noch einmal kurz. Sie können auch gerne schon während des Vortrags Fragen stellen. Nutzen Sie einfach unser Fragentool. Das ist dieser blaue Knopf unter dem Video, das Sie sehen. Oder Sie können auch die Kommentarfunktion auf Facebook nutzen. Und dann bekommen wir die Fragen hier ins Studio und stellen die natürlich auch anonym dann im Anschluss. Und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag. Ja, vielen Dank nochmal, dass ich heute Abend Ihnen hier ein paar Sachen erzählen kann über Hochdruck. Ich möchte mich schon mal als erstes entschuldigen, dass ich auf einige Sachen nicht eingehen kann, aufgrund der zeitlichen Vorgaben. Und ja, ich rede ja immer recht viel. Ich werde mal gucken, dass ich auch wirklich die halbe Stunde oder 35 Minuten so in etwa einhalte. Jetzt muss ich bloß mal gucken, dass ich zur ersten Abbildung komme. Ja, was ist der Blutdruck? Blutdruck wird auch häufig im Krankenhaus, haben Sie vielleicht auch beim Hausarzt schon gesehen, als RR abgekürzt. Gut, warum ist das so? Das kommt von dem guten Mann Scipione Rivarocci, der 1896 die Blutdruckmessung, so wie wir sie heute kennen, am Oberarm eingeführt hat. Ja, was ist der Blutdruck? Blutdruck ist eben den Druck, den das Herz oder die Blutsäule auf die Wand, auf den Gefäßen ausübt. Die ist natürlich abhängig von verschiedenen Größen und schwankt ganz deutlich. Ich sage den Leuten immer, wenn die sagen, ja, aber bei mir schwankt der Blutdruck. Ja klar schwankt er, wir sind alle keine Roboter, sonst würden wir eine gewisse Größe einstellen und dann wäre das so. Gut, ja, wie entsteht der Blutdruck? Der entsteht natürlich als Pumpe unser Herz. Unser Herz ist eine sogenannte Drucksaugpumpe, also saugt das Blut aus dem Vorhof an und gibt es dann entsprechend weiter an die Hauptkammern und im Hauptkammer wird es dann ausgepumpt. Gut, ja, es gibt dabei ein rechtes Herz, ein linkes Herz. Der große Kreislauf ist der Körperkreislauf, hier in Rot dargestellt. Dort wird das Blut durch den Körper gepumpt und dann anschließend wieder eingesammelt in den großen Venen. Das ist dann sauerstoffarmes Blut. Der Sauerstoff ist eben in der Peripherie geblieben, bei den Organen, damit die auch richtig arbeiten können. Das sauerstoffarme Blut wird dann eingesammelt und kommt zum rechten Herzen. Das rechte Herz pumpt es durch die Lungen. In der Lunge wird das CO2, sozusagen Abfallprodukt, wieder entnommen und es wird mit Sauerstoff angereichert. Das geht dann eben so weiter und das ist unser ganzer Kreislauf. Gut, wie entsteht der Blutdruck? Die Arbeit des Herzens verläuft in zwei Phasen. Zum einen die Systole. Systole ist diese Phase, wo die Herzkammern sich zusammenziehen und das Blut auswerfen. Das Blut wird ausgeworfen entweder in die Körperschlagader, hier in Rot dargestellt, oder in die Lungenschlagader. Was passiert hier? Hier in der Systole, das sieht man hier oben jetzt in dieser Darstellung. Wenn das Herz sich zusammenzieht in der Systole, steigt der Blutdruck im Herzen an. Das ist der rote Blutdruck. Und auch in der Hauptschlagader steigt er an, weil das Blut ausgeworfen wird. Irgendwann ist das Herz ziemlich leer gepumpt und deswegen schließt sich hier die Aortenklappe. Dieser Wert, wo das Blut hier den höchsten Wert einnimmt, den höchsten Druck aufweist, das ist der sogenannte systolische Blutdruck. Das ist der obere Wert. Der untere Wert dagegen, der diastolische Wert, ist, wenn das Blut hier ausgepumpt wurde, muss sich ja der Ventrikel wieder füllen. Damit sich die aber füllen kann und das Blut nicht zurückströmt, schließt sich hier die sogenannte Aortenklappe. Das Blut ist dann in den Gefäßen und fällt langsam ab, bis der nächste Schlag wieder kommt, weil es hier eben in die ganzen Organe abfließt. Das, wo der Wert hier am niedrigsten ist, das ist der sogenannte diastolische Wert oder auch häufig genannt der untere Blutdruckwert. Die Differenz zwischen dem oberen Wert und dem unteren, den nennt man den sogenannten Pulsdruck. Dieser Pulsdruck ist bei jungen Leuten recht niedrig. Wenn Sie ein jüngere Mädchen haben, was weiß ich, 8, 17 Jahre, Blutdruck 90 zu 70. Völlig normal. Wenn Sie einen älteren Menschen haben, 80 Jahre, Blutdruck zum Beispiel 140 oder 160 zu 60. Da ist der sogenannte Pulsdruck 100 Millimeter, beim jungen Menschen 20 Millimeter. Warum ist das so? Unsere ganzen Gefäße, die wirken wie so ein Windkessel. Das Herz wirft das Blut aus, die Gefäße sind ganz elastisch bei jungen Leuten, deswegen dehnen sich die Gefäße ein bisschen aus und dann, wenn das Herz nicht mehr pumpt, wenn die Klappe hier zugegangen ist, dann gibt eben das Gefäß den Druck aber auch wieder ab und gleicht das alles aus. Beim älteren Menschen müssen Sie sich vorstellen, das ist wie eine Betonröhre. Das Herz pumpt kräftig, der Druck steigt richtig an, weil das Gefäß hier nicht nachgibt. Allerdings, wenn das Herz jetzt nicht mehr schlägt in der sogenannten Diastole, dann fällt das Blut eben wieder ab und es fällt deutlich ab. Das ist der Grund, weshalb eben ältere Leute einen größeren Pulsdruck haben. Gut, Blutdruck. Bluthochdruck ist häufig. Wenn Sie bloß mal gucken in der deutschen Bevölkerung, circa 80 Millionen Leute sind wir, 20 Millionen in etwa, also ein Viertel hat einen Bluthochdruck. Bluthochdruck ist der Risikofaktor Nummer eins für viele Erkrankungen, vor allem auch für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die aber wiederum die häufigste Todesursache in Deutschland sind. Nicht bloß in Deutschland ein großes Problem, weltweit. 10 Millionen Leute weltweit sterben in etwa durch Hochdruck. Ja, und der Bluthochdruck ist ganz klar korreliert mit dem Lebensalter. Wenn Sie junge Leute haben, hier in den 20er Jahren, da haben Sie relativ wenig Bluthochdruck. Hier sind die Männer immer, die häufiger etwas erhöhten Blutdruck haben. Ja, die Männer sind natürlich häufig schon auch etwas Testosterongesteuert. Ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich bin ja sowieso das Ein und Alles. Und das ist natürlich nicht so gut. Ja, man nennt das sogenannte Alpha-Verhalten. Frauen sind da meistens etwas ausgeglichener, das äußert sich auch im Blutdruck. Allerdings mit zunehmendem Alter ist es so, dass die Frauen den meisten Hochdruck haben. Gut, zum einen, die Frauen sind hier in der ganzen numerischen, einfach in der Zahl überwiegend, weil die Männer früher sterben. Und Frauen sind in der Menopause, und da komme ich ja nachher noch ganz kurz drauf zu sprechen. Das führt dazu, dass der Blutdruck häufiger hoch ist. Ja, Blutdruck, Definition von Blutdruck ist eben allgemein. Bluthochdruck ist dann eingetreten, wenn der Druck in den Gefäßen dauerhaft zu hoch ist. Man kann es auch so definieren, dass der Bluthochdruck dann eben zu einem Problem wird, wenn der Nutzen der Behandlung die Risiken an der Behandlung deutlich überwiegt. Dann ist es wirklich Zeit, dass man eben was macht, um eben den Blutdruck zu senken. Gut, die Beziehung zwischen Blutdruck und Auswirkungen auf dem Herz-Kreislauf-System ist von Patient zu Patient verschieden. Da wird immer das Beispiel angeführt vom Herrn Churchill. Herr Churchill hat geraucht, hat angeblich No Sports, was aber nicht stimmt. Er war eigentlich in der Jugend sehr sportlich. Er ist 90 Jahre alt geworden, obwohl er Hochdruck hatte und auch geraucht hat. Allerdings muss man schon dazu sagen, der gute Herr Churchill hat auch sieben Schlaganfälle gehabt. Und so richtig gesund war er zumindest nach seinem 80. Lebensjahr auch nicht mehr. Und es ist einfach so im Durchschnitt, hoher Blutdruck ist wirklich, wirklich nicht gesund. Gut, Blutdruck grenzwertig gibt man einfach an, um eben praktischerweise irgendeinen Wert zu haben, von dem man dann vom Bluthochdruck spricht und dann auch behandelt. Gut, wie wird der Bluthochdruck definiert? Kommen wir aber gleich noch drauf, dass die Blutdruckwerte auch verschieden sind, je nachdem, wie man misst. Wenn man normalen Blutdruck hat, den misst man jetzt im Sitzen, dann sollte der Blutdruck unter 140 der obere Wert, 90 der untere Wert sein. Wenn nur der obere Wert erhöht ist, spricht man von einem systolischen Hochdruck. Wenn nur der untere Wert ist, von einem diastolischen Hochdruck. Diastolischer Hochdruck mehr bei den jüngeren Leuten. Systolischer Hochdruck mehr bei den älteren Leuten. Die Gefäße sind nicht mehr elastisch. Das Herz klebt mal ein bisschen kräftiger und schon steigt der Blutdruck kräftig an. Ja, hier nochmal eine Einteilung. Natürlich wird es in verschiedene Stadien eingeteilt. Geht los von optimal, kleiner 120, normal 120 und 129 bis dann schließlich Hypertoniegrad 3. Größer 180 mm der obere Wert oder der untere Wert 110. Egal, ob der obere Wert drüber ist oder der untere Wert, man spricht hier von einem Hochdruck. Wenn die Grenzwerte überschritten sind. Gut, diese Werte gelten für alle Altersstufen ab 16. Lebensjahr. Huch, das war eins zu viel. Gut, der Blutdruck wird gemessen und das hängt eben davon ab, wie er gemessen wird. In welcher Situation. Das kann durchaus unterschiedlich sein. Wenn Sie hier in der Praxis messen, sollte der Blutdruck, wie wir schon gesagt haben, kleiner 140 zu 90 sein. Wenn Sie aber eine Langzeitblutdruckmessung machen, sollte der Blutdruck nachts niedriger sein als unter Tags. Ich sage immer, wer schläft, der sündigt nicht. Normalerweise sollte das zumindest so sein. Deswegen der Blutdruck in der Nacht niedriger als während der Tagphasen. Über 24 Stunden. Der Mittelwert dementsprechend niedriger als bei der Einmalmessung. 130 zu 80. Häuslicher Blutdruck, wenn Sie selber messen, liegt irgendwie so ein bisschen dazwischen. Man ist ja doch etwas gespannt, was rauskommt. 135 zu 85 die Grenzwerte. Gut, wie kann man die Diagnose stellen? Indem man mehrmals den Praxisblutdruck misst. Einmal gemessen zählt nicht. Gut, man ist mal aufgeregt, man hat mal einen schlechten Tag, man ist mal angestrengt, man ist gestresst. Das ist nicht eine aussagekräftige Messung, wenn man bloß eine hat. Langzeitblutdruckmessung, ja. Man misst hier über ca. 70 Messungen über 24 Stunden verteilt. So ungefähr 20 bis 30 Minuten Abstand. Das gibt schon einen besseren Überblick, weil man dann auch Messungen in der Nacht hat. Oder man macht häusliche Blutdruckmessungen. Gehen wir danach gleich noch darauf ein, wie oft man das machen sollte, wie man es macht. Gut, Blutdruckmessen. Wir werden jetzt sagen, was erzählt er uns da, das machen wir doch schon seit Jahren. Ich kann Ihnen sagen, ich habe immer wieder Patienten, wo ich danach frage, wie messen Sie? Und das ist immer noch nicht korrekt gemessen. Ich kann Ihnen auch sagen, was häufiger Probleme sind. Blutdruckmessgeräte sind zwar sehr gut, sollten auch zertifiziert sein. Macht zum Beispiel die Hochdrucklieger, die da so Zertifikate, die testet und Zertifikate ausstellt. Aber auch ein Blutdruckgerät, wenn das mal 10 Jahre alt ist, das mag noch ganz gut sein. War auch sicherlich ein teures Gerät. Aber man sollte zumindest mal eine Kontrollmessung machen. Denn das ist wirklich das Problem, dass auch da die Messwerte mal ungenauer werden. Handgelenkgeräte sind gut. Mich hat es jetzt gewundert, dass die Stiftung Warentest im September 2020 festgestellt hat, dass sie einen Ticken ungenauer sind. Ja, vor allem, wenn die Leute sehr kräftig sind. Bei sehr kräftigen Leuten kommen die Handgelenksgeräte ein bisschen an die Grenze. Das gilt aber auch für sehr adipöse Patienten. Wenn der Oberarm eben entsprechend dick ist, da müssen sie natürlich eine breite Manschette haben. Sonst messen sie zu niedrige Werte. Bei Patienten mit Herzrhythmusstörern kann es auch Probleme geben. Hier sind die Oberarmgeräte eigentlich im Prinzip besser oder häufig besser als die Handgelenksgeräte. Einige Geräte zeigen auch an, wenn Herzrhythmusstörungen vorliegen. Ja, wie messen sie? Was ist wichtig? Sie sollten nicht jetzt zwischendurch, um Gottes Willen, ja, ich muss ja sowieso schon zum nächsten Termin, jetzt messe ich ihn nochmal schnell, kann ich Ihnen gleich sagen, die Werte werden wahrscheinlich hoch sein. Sie sollten entspannt sein, um repräsentative Messungen zu bekommen. Sie sollten vorab keinen großen Kaffee getrunken haben oder nicht mehrere Tassen. Ich sage immer, fünf Tassen am Tag sind noch in Ordnung. Alles, was aber drüber geht, 20 Tassen, ist sicherlich zu viel. Sie sollten eben nicht völlig gestresst sein. Das beeinflusst den Blutdruck deutlich. Ich werde ja nachher noch kurz darauf eingehen. Und morgens messen, zum Beispiel vor Einnahme von Blutdruck Medikamenten oder abends messen, zwischendurch immer etwas Problem. Vor allem, wenn Sie gerade Medikamente genommen haben, kann der Blutdruck verfälscht werden. Was ist wichtig? Die Manschette anlegen, entspannt auf den Tisch legen, nicht den Arm nach unten hängen lassen. Vor allem, wenn Sie dann die Blutdruckmanschette unten, nahe am Ellenbogen anlegen. Es ist einfach die Manschette zu niedrig und Sie messen damit zu hohe Werte. Denn die Manschette, der Bruckfühler, muss ungefähr auf Höhe des Herzens sein. Sie können es selber mal ausprobieren, wenn Sie ein Handgelenksgerät haben. Messen Sie einfach mal, legen Sie die Manschette an, heben Sie den Arm ganz hoch und messen Sie. Sie werden sehen, die Blutdruckwerte sind himmlisch. Die sind nämlich recht niedrig. Im Gegensatz dazu lassen Sie den Arm einfach gerade nach unten hängen. Sie werden sehen, die Blutdruckwerte sind nicht mehr so tolle. Die Blutdruckwerte sind deutlich höher. Da sollte man auch darauf achten, dass man deswegen eben, wenn man mit dem Handgelenk misst, Arm auf die Schulter und damit sie auf Herzhöhe sind. Das ist ganz wichtig. Nicht nach unten hängen lassen, nicht auf die Tischplatte. Ich kann Ihnen sagen, ich habe häufig, wenn ich die Leute frage, ich kriege häufig die Antwort, ja, ich lege die auf die Tischplatte. Je nach Höhe der Tischplatte haben Sie dann mal 20, 30 mm Hg mehr, wenn Sie die auf der Tischplatte liegen haben, weil Sie eben nicht auf Herzhöhe sind. Gut, was sollten Sie machen? Entspannte Haltung, circa 5 Minuten warten. Ein bis zwei Mal, in einem Abstand von 1 bis 2 Minuten hintereinander messen. Sie nehmen den zweiten Wert und den tragen Sie in die Tabelle ein. Blutdruckpass gibt es zum Beispiel von der Herzstiftung, gibt es auch von der Hochdruckliga. Eine Liste anlegen ist sicherlich gut. Blutdruckmessung in der Praxis kann eben wirklich verschiedene Probleme haben. Zum einen die Weiß-Kit-Hell-Hypertonie. Gut, was ist das? Man ist angespannt in der Arztpraxis. Das Personal ist sicherlich sehr nett, aber kann auch mal sein, dass die auch ein bisschen gestresst sind. Das Ganze kann auch bei Ihnen dazu führen, um Gottes Willen, ja, und was weiß ich was, und dass Sie sich aufregen und der Blutdruck ist zu hoch. Zum anderen kann es aber auch sein, dass der Blutdruck in der Praxis niedrig ist, dass Sie relativ entspannt sind, kennen die Praxis schon gut, sind alle nett zu mir, alles kein Problem. Wenn Sie aber sonst messen, zu Hause oder 24-Stunden-Blutdruckmessung, der Blutdruck deutlich höher. Das kann eben sein, wenn Sie zum Beispiel stark gestresst sind. Gestresst kann man sein entweder im Beruf, man kann aber auch privat sehr gestresst sein. Und, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, manche Leute sind furchtbar gestresst durch die Langzeit-Blutdruckmessung, weil die immer wieder aufpumpt. Um Gottes Willen, da werde ich nachts wach, nach dem dritten Mal, die Leute sind völlig gestresst, die Blutdruckwerte sind richtig hoch. Auch da muss man gucken, da kann man auch falsche Werte messen. Gut, was am sinnvollsten wäre, wird zum Teil in Amerika gemacht, aber auch in Deutschland zum Teil, unbeaufsichtige Praxismessung. Sie haben ein Blutdruckmessgerät, was automatisch funktioniert. Sie sitzen einfach entspannt in einem Raum und das Blutdruckgerät misst meistens so drei, vier Mal. Da können Sie dann gucken, dass Sie den höchsten Wert, den niedrigsten weglassen, Mittelwert nehmen, sind relativ gute Messungen. Die sind meistens 10 mm Hg niedriger als die Praxismessung. Langzeit-Blutdruckmessung, meist 24 Stunden, haben wir schon gesagt, ist meistens gut, aber bei manchen Leuten auch nicht ganz so gut, weil Sie sich aufregen durch das Dauernde aufpumpen. Gut, die Dauermessung soll einfach sicherstellen, dass die Werte gut eingestellt sind und nicht in der Zwischenhochdruckspitzen sind, wie zum Beispiel in der Nacht. Gut, wie oft soll man den Blutdruck messen? Viele Leute sagen mir, wenn ich die Frage, Blutdruck irgendwann mal gemessen in den letzten Jahren, nö, warum? Ich hatte doch normalen Blutdruck. Selbst bei optimalem Blutdruck sollte man alle fünf Jahre mal den Blutdruck messen. Bei normalem Blutdruck, also nicht optimalem, also mehr als 120, alle drei Jahre. Und wenn man mal 50 Jahre alt ist, sollte man sicherlich einmal jährlich mindestens messen, besser zweimal jährlich, um eben einen Blutdruck, eben wirklich einen Bluthochdruck, frühzeitig zu erkennen. Ja, Blutdruck messen, wie sollte man ihn messen, wie häufig? Das ist auch die Frage. Ich habe schon Patienten gehabt, die haben am Tag dann zehnmal gemessen und vor allem dann, wenn sie gemessen haben, ah, jetzt ist er 140, um Gottes Willen, wird denn der noch höher? Fünf Stunden später nochmal gemessen, jetzt ist er schon 145. Und ich habe da wirklich Patienten gehabt, die den dann zu Hause, dann abends noch angerufen haben, Herr Doktor, was soll ich bloß machen? Der Blutdruck ist einfach so hoch, der geht nicht runter. Nee, jetzt auch nicht gleich, ich sage den Leuten auch immer, wenn der Blutdruck auch mal 150, 160 ist, deswegen geht die Welt nicht gleich zugrunde, denn wenn sie sich anstrengen, ist der Blutdruck auch 150, 160, ist überhaupt kein Problem. Auch nicht wirklich sich selbst stressen, denn sonst, wenn sie sich so stressen, geht der Blutdruck immer höher. Deswegen, was vorgeschlagen wird, zweimal am Tag messen, eine Woche pro Monat, einmal morgens vor der Tabletteneinnahme, wenn man aufgestanden ist, einmal abends, wenn der Tag abgeschlossen ist, die Werte eintragen und nach Mittelwert berechnen, nach einer Woche. Drei Wochen aber wieder freilassen, damit man nicht wirklich in Stress kommt. Gut, Häufigkeit im Kindesalter, Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen, nein, Kinder sind Kinder mit eigenen Besonderheiten. Bei Kindern der Blutdruck circa 3%, Bluthochdruck, aber leider steigende Tendenz. Das ist auch so, Kinder heutzutage deutlich kräftiger, mehr Körpergewicht, was natürlich auch kommt, man sitzt, die Kinder können häufig noch nicht laufen, aber sie können schon mit dem Handy spielen oder mit dem Tablet. Ja, das ist leider so. Früher, wir sind noch nachmittags rausgegangen, haben noch Fußball gespielt, heutzutage sitzt man am Computer. Das ist nicht wirklich gut. Deswegen wirklich Blutdruck auch messen bei Kindern, insbesondere, wenn sie übergewichtig sind oder in der Familie viel Hochdruck auftritt. Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören, zum Beispiel angeborene Herzfehler, da deutlich früher auch messen. Blutdruck im Kindesalter, 120 zu 80, 16 bis 79 Jahre, haben wir gesagt. Das sind Erwachsene. Was der optimale Blutdruck für einen Erwachsenen ist, ist ein hochnormaler Blutdruck beim Zwölfjährigen, Hochdruck beim Sechsjährigen, schwerer Hochdruck beim Dreijährigen und bei hypertensiver Notfall, also müssen sie sofort senken, beim Neugeborenen. Neugeborenen würde mit einem 120er Blutdruck systolisch nicht zurechtkommen. Wie können Sie noch sehen, ob der Blutdruck überhaupt ausgeprägt ist, ob der stark ist? Sie können gucken, ob schon Organveränderungen vorliegen. Hier bieten sich zwei Organe besonders an. Zum einen das Auge. Augenarzt macht es, da er sich den Augenhintergrund anguckt, wenn Sie so Gefäßunregelmäßigkeiten sehen, die Silberdrahtarterien oder Kupferdrahtarterien, das Verhältnis zwischen Vene und Arterie, wenn das nicht mehr stimmt, dann haben Sie den Befund, dass Sie einen Bluthochdruck haben. Zweite Geschichte ist, Sie können den Herzwände messen. Das ist jetzt ein normales Herz mit normalen Wänden. Die Wände sind normalerweise unter 12 Millimeter. Es gibt aber Herzen, wo diese Wände dann 15 Millimeter haben. Die sind doppelt so breit. Fast. Das ist dann das Zeichen, dass Sie Hochdruck haben. Ich sage immer, das ist der Langzeitwert des Bluthochdruckes. Wie Sie einen Langzeitwert für den Zucker haben, das Hb1c, so sind die Wanddicken am Herzen der Langzeitwert des Hochdruckes. Viele Leute sagen mir dann, ja, aber ich habe früher viel Sport gemacht. Ja, Sport trainieren Sie aber nicht über 12 Stunden. Und damit die Wände dick werden, müssen Sie schon 12 oder 16 Stunden einen erhöhten Blutdruck haben. Und den haben Sie nicht durch Training. Da müssen Sie schon extrem trainieren. Außerdem, wenn Sie früher mal Sport gemacht haben, die Werte nehmen wieder ab. Das ist nicht ein Dauereffekt. Gut. Ursachen vom Blutdruck. Ja. Ursachen, muss man sagen, über 90% der Leute haben eine primäre Hypertonie. Primär heißt, keine Ursache bekannt, und genetisch bedingt. Es gibt sekundäre Ursachen, wie zum Beispiel Schlafapnoe, dass eine Nachts eben die Zunge nach hinten rutscht. Das ist wie ein Gefühl, dass man sich, dass man erstickt. Und das führt dazu, dass man Stress hat und der Blutdruck hochgeht. Auch Verengung der Nierenarterien oder zum Beispiel Schilddrüsenhormonveränderungen, die können auch eine sekundäre Hypertonie machen. Hier haben Sie einige Ursachen drin. Wie gesagt, primär erbliche Veranlagung. Höheres Lebensalter, da können Sie auch nichts machen dagegen. Übergewicht, aber viele Faktoren kann man auch modifizieren. Stress, Rauchen, Medikamente und so weiter. Eine noch wirklich Ursache, die gar nicht so selten ist, ist Lakritz. Viele Leute lieben Lakritz. Ich liebe ihn nicht so sehr. Aber es gibt Leute, die eine halbe Packung ziehsig nehmen. Da muss man aufpassen. Kann den Blutdruck steigern, in dem das Kalium richtig niedrig wird. Und das kann auch den Blutdruck steigern. Gut, es gibt sonst auch noch Erkrankungen, Nierenerkrankungen durch Blutungsstörungen der Niere, Anomalien der Gefäße. Das ist eine Verengung der Hauptschlagader auf Höhe ungefähr der Arme. Und das führt dazu, dass die Nieren, die dahinter sind, hinter dieser Verengung zu wenig Blut bekommen. Deswegen Hormone freisetzen, um eben den Blutdruck zu steigern. Es gibt sonst auch noch Nebennieren, Tumoren oder Geschwulste, die auch entsprechende Hormone freisetzen. Häufigste Ursache, muss man aber sagen, ist Übergewicht. Deutschland sind wir leider Europameister im Übergewicht. 54% der deutschen Bevölkerung haben Übergewicht. Ich darf hier gar nicht groß lästern. Ich habe auch, bin aber jetzt im Moment wieder auf einem gut absteigenden Zweig und muss noch etwas mehr auf dem absteigenden Zweig bleiben. Ja, es ist nicht so einfach, da stehe ich schon zu. Aber ja, es muss halt hin und wieder mal wirklich sein. Was ist das Problem, wenn der Blutdruck so hoch ist? Die Gefäße werden stark belastet, die innerste Schicht. Es lagern sich hier verschiedene Sachen ab, zum Beispiel Fette. Und diese Fette können dann dazu führen, dass im letzten Endes sich das Gefäß verschließt. Das führt dann eben zu Problemen. Je nachdem, was dieses Gefäß versorgt hat, treten verschiedene Erkrankungen auf. Diese Erkrankungen hier mal aufgeführt, im Prinzip betrifft es vor allem vier Organsysteme. Das Herz, den Kopf, das Gehirn, die Augen und die Nieren. Und da können Sie sich angucken, all diese Erkrankungen, großer Einfluss auf diese Erkrankungen hat der Hochdruck. Zum Beispiel hier bei Gefäßen. Ich weiß nicht, warum da oben ein schwarzer Fleck ist, aber wir gucken mal. Gut, das ist eben Gefäße, wenn die eben zu viel Druck drauf haben. Die werden breiter, wie zum Beispiel ein Gartenschlauch. Irgendwann kommt es dann auch dazu, dass so ein Gefäß platzt. Und das kann dann zu einer Ortendissekation führen, pro so sofortige Notfalloperation. Und wenn es ein großer Einriss ist, haben Sie keine Chance. Das ist innerhalb von wenigen Sekunden ist der Mensch tot. Große Gehirnblutungen auch, die können unter Umständen innerhalb von kürzester Zeit zum Tod führen. Im Gehirn ist aber nicht bloß so, dass die Gefäße platzen. Es kommt auch zu einer Schädigung der kleinen Gehirngefäße. Das gibt auch Schlaganfälle. Oder Verengung der Halsgefäße, die das Gehirn mit Blut versorgen. Oder Blutgerinnsel, die im Herzen entstehen, weil das Herz so stark gestresst ist, geschädigt ist, das Vorhofflimmern auftritt. Diese Gerinnsel, die sich im Herzen bilden, beim Vorhofflimmern, werden davongeschwemmt. Die passen wunderbar in irgendwelche Gefäße im Kopf und machen schwere Schlaganfälle. Herzen natürlich auch. Herzschwäche, Herzinfarkte. Zurzeit furchtbar mit Herzinfarkten. Wir haben in den letzten 18 Stunden drei Leute bekommen, die wiederbelebt werden mussten mit Herzinfarkt. Einer war vor einem Schaltkasten auf einer Baustelle, einer bei einem Bushaltestelle. Alles in den letzten 18 Stunden jetzt gewesen. Ein dritter auch zu Hause. Also wirklich schlimm. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder was los ist. Es gibt so Tage, wo es viele sind. Natürlich nicht jeden Tag so viele. Wir könnten die gar nicht alle versorgen auf der Intensivstation. Vorhofflimmern schon erwähnt, wo es eben wirklich häufig eben Probleme geben kann, weil eben Schlaganfälle auftreten. Es gibt aber auch noch einfach, dass die Gefäße, die kleinen Gefäße verändert werden und das kann entsprechend zu Druck auf der Brust führen, auch dazu, dass das Herz nicht mehr so gut pumpt. Weiteres Organ, was groß leiden kann, die Nieren. Chronische Verschlechterung der Nierenfunktion, die wiederum den Blutdruck steigen lässt. Und, wir haben es vorher schon gesehen, Augen, wenn die Augengefäße zu viel Druck drauf haben, Sie sehen hier so Einlagerung in den Augen, das führt dazu, dass Sie Netzhautschäden kriegen und das ist wirklich das Problem. Gut, dann kommen wir zur Behandlung vom Blutdruck. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich kann nicht auf alles eingehen, ich wäre auf die medikamentöse Behandlung nicht wirklich eingehen können, aber wollte doch ein paar über Allgemeinmaßnahmen verlieren. Es ist eben so, das Gesamtrisiko zählt, Sie werden nicht bloß ein Organ schädigen, Sie werden verschiedene Organe schädigen und das ist das große Problem. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da gibt es einen Risikoscore, kann man im Internet nachgucken und da kann man auch abschätzen, wie ist das eigene Risiko, hängt vom Blutdruck ab, von Fettwerten, von sonstigen Sachen, vom Rauchen vor allem auch und da kann man sein Risiko bestimmen, sollte man machen, wenn man auch bereit ist, das so ein bisschen zu optimieren. Routinemäßige Behandlung des Blutdrucks umfasst Lebensstiländerung für alle Patienten. Ein Hochdruckpatient hat in den allermeisten Fällen einen Ansatzpunkt für Lebensstiländerung. Medikamentöse Therapie brauchen die meisten Patienten, weil es viele Patienten nicht schaffen, alleine durch Lebensstiländerungen den Blutdruck normal zu machen. Ja, bei welchem Blutdruck soll man jetzt mit der Behandlung anfangen? Wie tief soll der Blutdruck gesenkt werden? Gut, Sie können natürlich sagen, je tiefer, desto besser, ist auch nicht ganz so unter 100 oder dauerhaft unter 120, der obere Wert, ist auch nicht so wirklich gut. Welche Maßnahmen, Medikamenten sollen zum Einsatz kommen? Ein paar Sachen können wir besprechen. Es gibt hier so Leitlinien von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, Europäische Gesellschaft für Hochdruck und so weiter. Unterteilen das in verschiedenen Gruppen, kann es aber auch etwas vereinfacht sagen. Von 18 bis 79 Jahre, 140 zu 90. Eigentlich einfach zu merken, wenn Sie über 80 sind, dürfen Sie ein bisschen höher sein, weil einfach die Gefäße steifer sind. Auf der anderen Seite aber auch Verengungen der Gefäße häufiger vorliegen. Deswegen, wenn Sie den Blutdruck zu weit senken, kommt einfach nichts mehr an. Ihnen wird schwindelig, Sie können hinfallen, was nicht gut ist. Wie weit sollen Sie ihn senken? Gut, 18 bis 65-Jährige, 120 bis 130. Wie schon gesagt, nicht dauerhaft unter 120, ist auch nicht gut. Wenn Sie über 65 sind, 130 bis 139, aber auf jeden Fall unter 140. Diastolisch 70 bis 79, also unter 80 senken, aber auch nicht hier auf, was weiß ich was, Werte von 30, 40. Gut, was haben Sie davon, wenn Sie das wirklich machen? 20% weniger Herz-Kreislauf-Ereignisse, koronare Herzerkrankungen nimmt ab, Schlaganfälle nehmen ab, fast ein Viertel weniger Schlaganfälle und auch die Sterblichkeit. Ja, Lebensstil. Lebensstil hier immer dargestellt, ja, Sie verringern das Risiko, indem Sie eben ausgeglichen leben. Ja, hier wird immer der ältere Herr oder auch mal ältere Dame, fährt viel Fahrrad, gesund, kauft viel ein und alles gesunde Sachen. Ja, das ist schon sinnvoll, wenn Sie das erreichen können. Wunderbar machen Sie das. Aber nicht immer ist die Realität so. Vor allem, wenn Sie noch jünger sind, übertrieben dargestellt. Aber naja, beruflich ist es halt häufig so, man macht es oder man macht es nicht. Ja, man kann sich nicht immer auswählen. Wie gesagt, bei uns einer der Oberärzte von der Parallelklinik, das Leben ist kein Ponyhof. Nicht immer, ja. Sie haben halt manche Sachen, die müssen Sie halt machen. Und es kann schon mal stressig werden. Auch bei mir ist es manchmal so, ja, ich meine, ich fühle mich meinen Aufgaben sicherlich allen gewachsen. Aber manchmal sollte ich halt schon woanders sein, aber bin mit der anderen noch nicht fertig. Weil ein Gefäß mal nicht so will, wie ich will. Aber es dauert ein bisschen, bis ich das Gefäß überzeugt habe, dass es trotzdem mitmachen muss und sich aufdehnen lässt. Ja, das ist schon so besonders, was da wirklich ein Problem ist, ist Schichtdienst. Diese Umstellung kommt vielen Leuten schon, also ist schwierig. Piloten natürlich auch, Landungen, Starts, vor allem wenn das Wetter nicht gut ist, schon Polizisten, Lokführer auch, viel langweilig. Dann gibt es aber doch mal brenzlige Situationen. Ja, das ist schon ein Problem. Für einige Berufsgruppen, auch für Piloten, die sind da ganz strikt, die Airlines, Berufsverbot, wenn sie da zu hoch sind. Weitere Informationen können Sie da Bluthochdruck, sagen wir danach noch, Herz- und Gefäße schützen, auch erhalten. Da gibt es eben, wo man besonders aufpassen muss. Aber nicht bloß im Beruf Komma Stress haben. Ich habe viele ältere Leute auch, die sich selbst Stress machen. Stress, ja, weil die Kinder halt mal was anders machen, als sie sich immer vorgestellt hat, dass sie machen sollen. Ja, das ist so. Kinder sind eigene Persönlichkeiten. Die sollen auch das machen, was sie für richtig halten. Das sind ja nicht unsere Marionetten. Das muss man einfach sich mal vor Augen führen. Fällt aber vielen Leuten auch schwer. Machen sich Sorgen, machen sich auch Sorgen, völlig unnötigerweise um Sachen. Ja, das ist schon problematisch. Es ist nicht so das Problem, dass sie sich nicht irgendwann über ihr Sorgen machen. Aber sie sollten ja gucken, dass sie dazwischen auch noch entspannen können. Wenn sie das nicht mehr können, einfach beim Arzt auch mal ansprechen. Aber es gibt doch mehr Sachen, wo man darauf achten sollte. Hier natürlich die Ernährung. Ja, das ist halt so, da sind auch gute Sachen dabei. Pizza, wenn sie gut gemacht, ist gar nicht mal so schlecht. Es gibt auch schöne Steaks oder sowas. Gut, ja, das ist auch gut, aber Salat muss man gut machen. Avocados finde ich allerdings sehr toll. Ja gut, also was gut wäre, Olivenrapsöl, nicht so viel, die gute Butter. Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte sind insgesamt sehr gut. Auch Nüsse, Erbsen, Linsen, Kräuter und Gewürze. Ich bin ja in Bayern aufgewachsen, es gab bei uns auch viele Gewürze. Es gab Salz und Pfeffer. Scharf war es nur, wenn es versalzend war oder wenn viel Pfeffer drauf war. Nee, es gibt noch andere Gewürze auch, die kann man wirklich auch verwenden und es schmeckt wirklich sehr gut. Ja, was sollten Sie machen? Industriell verarbeitete Lebensmittel sollten wir vermeiden. Früher haben wir noch gesagt, ja, fünf bis sechs Mahlzeiten. Nee, mit fünf bis sechs Mahlzeiten füttern Sie sich hoch. Das haben wir früher auch den Diabetikern gesagt, die dann meistens deutlich zugenommen haben. Nee, drei Mahlzeiten reicht eigentlich wirklich. Keine Zwischensnacks. Wir könnten jetzt dann auch darüber diskutieren, ob eben da die Krieger-Diät sehr gut ist, wo man eben bloß einmal am Tag isst. Kann man trefflich darüber diskutieren. Kohlenhydrate in Form von Weißmehlprodukten meiden. So das typische Toastbrot ist nicht wirklich gesund. Viel Meerkornbrot oder Vollkornbrot deutlich besser. Keine gesüßten Getränke. Nicht nach dem Motto, ja, ich trinke viele Fruchtsäfte wie zum Beispiel Fanta, was ja doch auch immer wieder mal kommt. Nee, nicht wirklich gesund. Bewegung? Ja, idealerweise dreimal, idealerweise fünfmal die Woche, 30 Minuten. Flottes gehen, laufen, Radfahren, schwimmen, nicht baden, wie ich immer sage. Treppensteigen, aber das müssen Sie dann schon meistens hintereinander machen. Wandern, was Ihnen Spaß macht. Es muss nicht hoch anstrengend sein. Nee, etwas anstrengend reicht völlig. Sie sollten noch so weit sein, dass Sie dabei noch sprechen können. Dann ist es gut und auch ausreichend. Bereits 10 bis 15 Minuten. Sie werden, nicht wenn Sie jetzt mit Bewegung anfangen, der Hochleistungssportler werden. Fangen Sie mal an mit 10 bis 15 Minuten. Dafür das häufiger. Dann ist es gut. Bauen Sie es langsam aus. Bis 30 Minuten. Alles wunderbar. Schon mildes Ausdauertraining schafft 10 Millimeter Blutdrucksenkung. Das haben Sie ungefähr auch mit einem Medikament. Ja, auch bei älteren Menschen effektives Mittel zur Blutdrucksenkung. Das Ausdauertraining. Ja, Sie müssen eben nicht, wie gesagt, die Hochleistungen bringen. Machen Sie ein pulskontrolliertes Training. Müssen Sie bloß aufpassen, wenn Sie einen Beta-Blocker haben, steigt die Frequenz nicht so stark an. Übungen mit niedriger Belastung und hoher Wiederholungsrate sind auch gut. Nicht so sehr bloß an den Geräten arbeiten. Nicht Pressatmung. Das ist nicht so richtig gesund. Gut, Alkohol ist ein Zettelgift. Alkohol runterfahren. Sie sollten wirklich ein kleines Bier, nicht eine Massbier. Auch die Weinflasche. Ich sage den Leuten immer, eine Weinflasche muss schon bei der Frau fünf Tage halten, beim Mann wenigstens drei Tage. Männer haben meistens ein höheres Reduktionsgewicht. Sonst sind sie da leider bevorteilt. Gut, Rauchen, ja, eine meiner Lieblingsthemen immer gewesen. Früher hieß es ja noch, ah, Karneval kann man gar nicht mehr feiern, wenn man nicht rauchen kann. Wir feiern heutzutage auch ohne Rauchen oder wir haben in den letzten zwei Jahren leider überhaupt keinen Karneval gefeiert. Ja gut, wir hoffen, dass es ja demnächst wieder geht. Aber es muss sicherlich ohne Rauchen gehen. Rauchen, absolutes No-Go. Ich habe immer wieder Patienten, da hat derzeit mit 100 Pack-Years. Das heißt, der hat 50 Jahre lang geraucht, aber mindestens zwei Schlachten pro Tag. Entsprechend sahen auch die Gefäße aus. Eine Katastrophe. Gut, dass es nicht einfach ist, das Aufhören. Ja, kann auch sagen, ich soll jetzt ganz schlank werden. Schaffe ich auch nicht ganz so, aber zumindest einigermaßen in Grenzen und Rauchen, wenn es irgendwie geht, weglassen. Cholesterin, auch ganz wichtig, ohne jetzt im Detail drauf einzugehen, gucken, dass es einigermaßen gut eingestellt ist, weshalb? Cholesterin schädigt die Gefäße. Gefäße. Und das führt dazu, dass sie steifer werden, der Blutdruck steigt stärker an. Noch ganz kurz, Blutdruckentgleisungen. Hundgröße 180 zu 110 spricht man von Blutdruckentgleisung, wenn der rasch ansteigt. Meistens keine großen Beschwerden, keine begleitenden Organschäden, häufig Medikament vergessen. Was ist wichtig? Ruhe bewahren. Häufig sinkt der Blutdruck spontan wieder. Zusätzliche Tablette einnehmen, wenn Sie schon einen Blutdrucksenker haben, können Sie ein zusätzliches Medikament nehmen. Leichtes Beruhigungsmittel, zum Beispiel Baldrian. Sie können aber auch hergehen, sonst ein Beruhigungsmittel, was Ihnen vielleicht der Arzt auch gegeben hat oder empfohlen hat. Nitrospray kann man machen. Kennen Sie vielleicht, haben viele Herzpatienten, kann aber Kopfschmerzen machen. Calciumanagonisten finde ich besser, wirkt ein bisschen länger, das Nitro wirkt bloß 10 Minuten. Wenn Sie das einmal gehabt haben, fragen Sie den Arzt, was er denn davon hält, was das gewesen sein könnte. Wenn der Blutdruck hoch bleibt, sofort Klinik oder Krankenhaus aufsuchen. Wann sprechen wir vom hypertensiven Notfall? Wenn Sie dabei starke Beschwerden haben, zum Beispiel Brustschmerzen, Atemnot, neurologische Ausfälle, dann 112 anrufen, da muss man wirklich gucken. Schlaganfall, Herzinfarkt, Aortenanarysmen, Lungenendem, nicht zögern, lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Gut, noch ganz kurz zwei Folien Blutdruck bei Frauen. Frauen müssen ein bisschen aufpassen, die Einnahme der Pille führt dazu, dass der Blutdruck häufiger mal hochgeht. Östrogen und Progesteron, vor allem in der Kombination, führen zu einem Blutdruckanstieg. 5% der Frauen sind davon betroffen und die sind noch umso mehr betroffen, wenn sie übergewichtig sind. Da muss man wirklich gucken. Wenn sie zudem noch rauchen und übergewichtig sind, dann wirklich andere Verhütungsmethode bevorzugen, denn Sie kennen noch vielleicht die Prozesse früher von Berliner Firma, von Schering, was dann Bayer übernommen hat, wo es viele Prozesse gab, wo dann auch gesagt wurde, ja, das habe ich alles nicht gewusst, dass das ein erhöhtes Risiko ist. Es steht zwar überall drauf, Rauchen und Übergewicht ist halt eine schlechte Kombination. Wie sieht es aus bei Frauen? Wie schon vorher erwähnt, Frauen haben den Nachteil, dass die in der Menopause des Östrogen heruntergeht, die Östrogenspiegel. Wie ihr dargestellt, 20-jährige relativ hohen Östrogenspiegel, der steigt an bis 35, geht dann runter und bei 70 Jahren nach der Menopause fast kein Östrogen mehr da. Es ist dann, der Testosteronspiegel steigt aber an, deswegen eben entsprechend der Blutdruck höher und das ist das Problem. Frauen über 75 Prozent, wenn sie über 70 sind, haben Hochdruck. Das sind beängstigende Zahlen und hier muss man wirklich was machen. Gut, jetzt komme ich auch zum Abschluss, habe schon ein bisschen überzogen. Zum Nachlesen und für weitere Informationen, Deutsche Herzstiftung, wir können die auch mal hier in die Kamera halten, die ist sicherlich ganz sinnvoll, steht auch viel Information drin. Sie haben auch Hochdrucklieger, gibt auch solche Sachen raus. Selbsthilfegruppe Hochdruck, der Deutschen Hochdrucklieger gibt es auch, der Dr. Pfeiffer betreute, ich bin betreuender Arzt, wir treffen uns alle zwei Monate, einfach Homepage zum Beispiel vom Klinikum gucken oder Ankündigungen in Zeitungen. Bei größeren Problemen mit Hochdruck, Vorstellung im hypertensiologisches Zentrum, wir sind eins der solchen, es gibt irgendwie 50 hypertensiologische Zentren in Deutschland, wir mussten da bestimmte Zertifizierung machen, wir müssen mehrere Ärzte haben, ich bin auch einer davon, die auf Hochdruck spezialisiert sind, damit wir auch schwierige Fälle, wo man eben nicht so schnell auf die Lösung kommt, auch behandeln können. Gut, damit bedanke ich mich sehr, dass Sie uns heute zuhören, dass Sie sich eingewählt haben, für Fragen stehe ich gerne bereit. Ja, super. Vielen herzlichen Dank, Professor Schwimmbäck. Und ich erkläre noch einmal, wie das mit den Fragen läuft. Sie können eine Frage stellen, jetzt direkt ins Studio, einmal über das Fragentool, das ist dieser blaue Knopf, wo Fragestellen auch draufsteht praktischerweise, da klicken Sie einmal drauf und dann können Sie die Frage stellen. Sie müssen nicht Ihre E-Mail-Adresse angeben, wenn Sie das nicht möchten und dann bekommen wir hier die Frage. Oder Sie nutzen die Kommentarfunktion bei Facebook, auch das scannen wir und auch hier können Sie eine Frage stellen und einreichen. Und wir haben natürlich auch schon welche bekommen während des Vortrags. Beispielsweise fragt Petra, sie geht da konkret auf ein Medikament ein, Petra fragt, ist Amlodipin noch ein zeitgemäßes Medikament für Bluthochdruck? Es gäbe inzwischen Mittel, die niedriger dosiert werden, mit sich ergänzenden Wirkstoffen, die aber teurer sind und offensichtlich, so ist ihr Eindruck, nicht so gerne verschrieben werden. Und jetzt ist eben Ihre Frage, ob das Amlodipin noch gut ist und wie kriegt man eigentlich raus, ob man auch das wirklich gute Zeug quasi bekommt? Also Amlodipin ist noch ein sehr gutes Medikament. Wir geben das immer noch sehr gerne. Es gab früher ein Medikament, das hieß Adalat, Nifedipin von einer großen Leverkusener Firma. Dieses Medikament war eigentlich ganz gut, aber was es bloß machte, es machte etwas schnellen Herzschlag. Amlodipin macht es nicht, sehr gut. Amlodipin mal als Nebenwirkung, was es machen kann. Es kann mal ein bisschen Schwellungen in den Knöchel machen. Bis zu 5% der Leute. Dann sollte man es umsetzen oder kombinieren mit anderen Medikamenten. Gut, es gibt andere Medikamente, ganz klar. Man gibt ja meistens eine Kombination, vor allem, wenn der Blutdruck höher ist. Die allermeisten Medikamente, heutzutage im Preis nicht groß um. Das ist auch im Budget vom Hausarzt wirklich drin. Das ist kein Problem. Da brauchen Sie also keine Bedenken zu haben, dass Sie nicht die richtigen Medikamente kriegen. Das gehe ich fest davon aus, dass das unabhängig ist, dass Sie die kriegen. Okay, Petra. Ich hoffe, damit konnten wir Sie ein bisschen beruhigen. Wir haben eine weitere Frage erhalten, und zwar von Conchita. Sie fragt, welche Vorsorgeuntersuchungen Sie als Bluthochdruckerkrankte mit einem gut eingestellten Blutdruck jährlich machen sollte beim Hausarzt. Was würden Sie da so empfehlen an Check-ups? Also was Check-ups sicherlich ganz sinnvoll wäre, dass man hier einmal im Jahr eine körperliche Untersuchung misst, je nachdem, wenn der Blutdruck eingestellt ist mit mehreren Medikamenten, wäre es schon sinnvoll, dass man alle Jahre oder jedes zweite Jahr eine Langzeit-Blutdruckmessung macht. Das wäre sicherlich sinnvoll. Wenn er gut eingestellt ist, braucht man sicherlich nicht jährlich machen, aber in größeren Abständen auch mal einen Herzultraschall machen, sagen wir in fünfjährigen Abständen, um zu sehen, ob die Herzwände normal dick sind, ob vor allem auch die Vorhöfe normal dick sind. Denn das ist ja das Problem, wenn die Vorhöfe sich deutlich vergrößern, die Herzwände verticken, dann kommt es häufiger zu Rhythmusstörungen. Okay, danke schön. Dann eine Frage, die sich so ein bisschen auf erbliche Erkrankungen abzielt. Und zwar gab es in der Familie wohl verschiedene Schlaganfälle. Und ob man jetzt daraufhin regelmäßig seinen Bluthochdruck messen sollte und das checken sollte. Familie wird jetzt nicht näher darauf eingegangen, ich vermute mal dann aber auch nähere Familie. Ja gut, es hängt ein bisschen davon ab, was die Ursache für den Schlaganfall war. Wenn die Ursache, was weiß ich was, war, also zum Beispiel eine Gefäßverengung, sollte man schon gucken, aber es muss nicht immer der Bluthochdruck gewesen sein. Wenn es ganz klar ist, die Person hat geraucht wie noch was, die Person war viel zu dick und die Person hat hohe Fettwerte gehabt, dann ist wahrscheinlich der Blutdruck zwar häufig auch erhöht, aber das muss nicht die wirkliche Ursache gewesen sein. Und dann sollte man eben, braucht man nicht so häufig. Ansonsten, wenn in der Familie das aufgefallen ist, sicherlich einmal im Jahr gucken, wie die Werte sind, dass man da nichts übersieht. Es gibt bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel Aneurysmen, so Ausweitungen, die auch unabhängig vom Hochdruckverkaufkommen, da sollte man dann engmarschiger gucken. Was halten Sie eigentlich von so Bluthochdruckmessungen, Blutdruckmessungen in der Apotheke? Da kann man das ja auch mal machen. Sind sicherlich gut, sind sicherlich gut, aber heutzutage muss man sagen, die Blutdruckmanschetten, die sind so günstig. Die kriegen Sie schon mit guter Qualität irgendwie ab, glaube ich, zwölf Euro oder sowas. Also man muss nicht so ein Premium-Gerät haben. Nein, nein. Es gibt eine Liste von der Hochdruckliga auch, wo eben drinsteht, welche Geräte geprüft wurden und dass sie gut sind. Aber die gibt es schon bei Discounter für manchmal zwölf oder vierzehn Euro, die gar nicht schlecht sind. Und deswegen, man kann es in der Apotheke messen, aber man kann es auch selbst messen. Das ist kein Problem. Okay, sehr schön. Danke. Genau. Die nächste Frage bezieht sich auf das Thema Bluthochdruck und Kinder. Und wir sind da gerade eben im Vortrag schon so ein bisschen drauf eingegangen, ob die Zahl der Kinder mit Bluthochdruck jetzt gestiegen ist, weil auch das Übergewicht bei Kindern gestiegen ist. Leider ist es so. Leider ist es so. Der Bewegungsmangel bei den Kindern, also Kinder, die sich heute nicht so viel bewegen und dann auch noch viel Süßigkeiten, die nehmen zu, was aber auch zu höherem Blutdruck führt, weil auch Bewegungsmangel ist, das ist wirklich kein Problem. Nee, da ist es auch Aufgabe der Eltern. Also man muss nicht die Kinder immer, wenn der Schulweg bloß 500 Meter ist, zur Schule hinfahren. Die können auch, jetzt ein paar Kilometer sind auch mit dem Rad. Sei es mal, wenn es im Winter eisig ist, vielleicht eine andere Geschichte. Aber es ist nicht immer Eis auf der Straße und es ist auch das Wetter nicht immer schlecht. Und die können auch mit dem Fahrrad fahren, was sicherlich gut ist. Bewegung ist immer gut. Man sollte auch die Kinder häufiger anmelden bei Sportvereinen. Immer gut. Jedes Kind sollte irgendeinem Sportverein mal angehört haben, sollte was spielen. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten von Fußball über Tennis, über, unser Sohn hat Florettfechten gemacht, all die Sachen. Ja, das können Sie alles machen. Ja, aber das ist überall. Also Sie sollten, Sport ist einfach gut und sinnvoll für die Kinder. Und wir haben ja gerade in Leverkusen ein sehr großes Angebot, was das anbietet. Also wirklich in jedem Stadtteil einen Sportverein, der auch was für Kinder anbietet. Ganz, wenn man das leistungsmäßig machen will, sogar auch da ist man ja hier gut aufgehoben, muss man ja wirklich sagen. Nee, das ist schon, wenn man will, glaube ich, aber wirklich schon gute Angebote in Leverkusen. Sie haben auch das Thema Rauchen angesprochen. Das hat bisher ja fast jeder Ihrer Kollegen gemacht, denn hier war also wirklich, die Zigaretten sind einem, falls man raucht, ja wirklich vergangen. Aber Professor Lübcke erzählte auch, das ist unser Gefäßchirurg, erzählte auch, dass es sich auch lohnt, aufzuhören mit dem Rauchen, weil der Körper sich erholt. Geben Sie das auch auf das Thema Bluthochdruck und Herzkrankheiten? Ich meine, Sie sind ja kein Blutgesagen. Definitiv. Es gab eine ganz interessante Studie, die Zutphen-Studie. Zutphen ist eine Stadt in den Niederlanden, wenn man nach Texel fährt, da gibt es eine Ausfahrt auf der Autobahn. Und die haben mal getestet, Menschen, die geboren waren, waren überwiegend Männer zwischen 1900 und 1920. Und hier haben die nachverfolgt, wie alt wurden die und haben einfach geguckt, wie haben sich die verhalten. Raucher, acht Jahre kürzere Lebenserwartung. Acht Jahre. Das ist schon wirklich was. Was ich aber wirklich auch schlimm fand, wenn der Partner geraucht hat, auch 2,3 Jahre kürzere Lebenserwartung. Durchs Passivrauchen. Durchs Passivrauchen. Das ist der einzige Mord, den Sie begehen können. 2,3 Jahre ist eigentlich schon Mord, ohne dass Sie in den Knast kommen. Und da wurde auch geguckt, Leute, die aufgehört haben, mit 40 oder 50, 4,3 Jahre wieder Lebenszeit gewonnen. Also da muss ich schon sagen, Rauchen ist ja eigentlich interessante Daten, auch überzeugende Daten. Und Rauchen ist ein No-Go. Wenn Sie es für sich schon nicht tun wollen, dann tun Sie es, wen es für die Umwelt oder für die Umgebung. Und am schlimmsten finde ich es, wenn dann die Leute Enkelkinder noch haben oder so, und da rauchen sie dann auch noch. Ja, ich gehe aber dann meistens schon auf den Balkon. Also, nee, nicht rauchen. Nicht rauchen ist das Beste. Danke schön. Wenn Sie noch eine Frage stellen wollen, Sie können das gerne noch machen. Nutzen Sie den Button, dieses Fragen, dieses blaue Knöpfchen, wo Fragestellen draufsteht, unter dem Bildschirm quasi, wo Sie uns sehen, oder die Kommentarfunktion bei Facebook. Und Katrin hat jetzt noch eine Frage gestellt, und zwar, ob Bluthochdruck oder blutdrucksenkende Medikamente Einschlaf- und Durchschlafstörungen verursachen können. Können mal sein. Kann sein. Wer was mal machen kann, ist ein Beta-Blocker. Beta-Blocker können mal Albträume machen. Muss man wissen. Kann man umsetzen. Beta-Blocker haben wir früher noch relativ häufig gegeben. Heutzutage sind wir mit Beta-Blocker relativ zurückhaltend. Beta-Blocker sind eben so, manche Leute geben es an, dass sie so etwas gedämpft sind und so. Vor allem Männer, die haben dann gleich immer Angst, dass völlig die ganze Potenz weg ist und so, was aber eigentlich Unsinn ist. Häufiger auch der Hochdruck, der so Probleme macht. Aber es gibt mal wirklich Durchschlafstörungen, gibt es, dass der Beta-Blocker Albträume macht, umsetzen. Jedes Medikament kann jede Nebenwirkung machen. Deswegen wirklich gucken, wenn Sie Nebenwirkungen haben, fragen Sie den Arzt, gucken Sie, sagen Sie es, dass es das Medikament nicht verträgt. Es gibt heutzutage so viele Medikamente und verschiedene Kombinationen. Es muss nicht ein Medikament sein. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die Sie machen, die Sie nehmen können, das muss nicht ein bestimmtes Medikament sein. Da kommt man ja nicht drauf, oder? Dass der Beta-Blocker Albträume macht. Oder haben Sie das so auf dem Schirm, dass Sie auch mal fragen, wie sieht es mit dem Schlaf aus? Ja, wir fragen schon die Leute, wir fragen die ja deswegen schon, weil es eben Schlafapnoe auch ein häufiger Grund ist für Hochdruck. Und da fragt man dann schon, wie ist denn so Ihr Schlaf? Ist der besser geworden? Schnachten Sie nachts? Und so weiter. Patientische Augen tue ich nicht. Aber ich habe solche Albträume, dann ist schon eigentlich relativ evident, dass da eventuell der Beta-Blocker was machen kann. Also man kann auch Albträume haben, ohne Beta-Blocker ganz ohne Zweifel. Aber ja, kann sie verstärken oder kann sie auch machen. Okay, danke schön. Jetzt haben wir noch eine Frage von Stefan. Und zwar beschreibt er seinen Blutdruck ein bisschen. Der schwankt über den ganzen Tag recht stark. Typische Werte seien zwischen 130 bis 155 zu 80 bis 100. Das heißt, mal ist er über 140 zu 90 und mal darunter. Und was ist jetzt relevant? Soll ich das behandeln lassen? Ist deine Frage. Ja gut, es kommt darauf an, wie häufig er hoch ist. Also über 140 zu 90 ist natürlich die Frage. Ist es 190 zu 110 oder wie hoch ist er? Also was hier sicherlich sinnvoll wäre, was man macht, man macht eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, man macht den Mittelwert und da kann man dann sehen, wie hoch der wirklich ist. Und da kann man dann auch reagieren, was häufig auch so die Geschichte ist, dass die Leute, die nehmen ein Medikament, kriegen schon eine Dreierkombination, eine Viererkombination, nehmen sie alles in der Früh und dann haben sie um 13 Uhr so richtig niedrigen Blutdruck, 110 zu irgendwas und dann abends steigt er wieder an, so um 20 oder um 22 Uhr auf Werte 160, 170. Da muss man halt wirklich gucken, dass man dann auch die Medikamente zu der richtigen Zeit einnimmt, damit die eventuell ein bisschen auseinanderzieht. Man muss nicht alles auf einmal nehmen. Man kann durchaus auch gucken, dass man halt dann, ja, sie ein bisschen anpasst. Medikamente haben auch verschiedene Halbwertszeiten, also das heißt, wie lange sie wirken. Da muss man einfach gucken, da kann man verschiedene Präparate wählen und da muss man gucken. Also ich sage immer, Blutdruckeinstellung ist eben nichts für in, was weiß ich was, in zwei Wochen. Wenn Sie das machen, ein Patient hat sehr hohen Blutdruck, Sie stellen ihn in zwei Wochen ein, wird der Patient nicht zufrieden sein, weil der früh an den hohen Blutdruck gewöhnt ist. Sie müssen das langsam runterfahren. Und es gibt halt Fälle, da ist es ein bisschen schwieriger, da müssen Sie schon ein bisschen basteln. Und ja, nicht jeder Patient verträgt jedes Medikament. Ein bisschen Geduld und vor allem sagen dem Hausarzt oder dem behandelnden Arzt, wenn Sie das Medikament nicht vertragen, nicht sagen, ich vertrage das nicht, aber der Quacksalber, der weiß sowieso nicht, was er tut, ich nehme das jetzt einfach nicht, dann kommen Sie nicht zurecht. Sie müssen sich einen Arzt suchen, dem Sie einigermaßen vertrauen. Immer wichtig, immer gut. Sollte auch ein bisschen Zeit für Sie haben. Ich weiß schon, dass heute eine hektische Zeit ist insgesamt. Aber Blutdruckeinstellung, ein bisschen Geduld und auch Optimismus auf beiden Seiten, dann kriegt man das aber gut hin. Das ist ja wirklich so, dass Sie Menschen schon häufiger auch aufgeben, oder? Wenn es da darum geht, den Blutdruck einzustellen, dann nicht dranbleiben manchmal. Ja, es betrifft ja auch Leute, die so ein bisschen cholerisch sind, die betrifft es häufiger. Die haben dann auch häufiger nicht die Geduld beim Einstellen. Ja, aber das ist dann auch ein bisschen ein Grundproblem. Und da muss man wirklich sagen, ja, das ist schon so die Grundhaltung, wie ich ja schon gesagt habe, Männer in jüngeren Jahren häufiger betroffen, weil sich viel aufregen. Ältere Semester dann sind auch die Frauen, die sich viel aufregen. Aufregung ist nicht gesund. Nee, es müssen werden wie die Stoiker. Was sie nicht beeinflussen können, soll sie nicht berühren. Nicht ganz einfach, aber im Prinzip ist es richtig. Christoph hat jetzt eine Frage, ich glaube, die ist auch noch ganz spannend. Und er leidet seit zehn Jahren unter zu hohem Blutdruck. Eigentlich gut eingestellt. Vor zwei Jahren hyperintensive Entgleisung. Vor einer Woche wieder. Warum? Was soll ich tun? Notfallmedikament, fragt er. Ja, also, Entgleisungen können verschiedene Ursachen haben. Ganz einfach kann es mal sein. Ich habe schon einige Patienten gehabt, die einfach salzsensibel sind. Größere Mengen Salz, so, die können das durchaus machen. Mal schöner, Schwarzwälder Schinken, der hat viel Salz drin häufig, kann das durchaus machen bei salzsensitiven Leuten. Gut, es gibt auch mal, dass man sich irgendwas aufgeregt hat oder besonders gefreut hat. Auch das gibt es. Und das kann mal sein, dass dann der Blutdruck wirklich eingleistet. Also, was ich meinen Leuten da immer empfehle, wir haben zuerst schon gehört über die Kalzemanagonisten. Kalzemanagonisten finde ich da ganz gut. Die haben relativ wenig Nebenwirkungen. Sie können die kaum überdosieren. Die wirken einfach dann nicht mehr, wenn sie es zu viel nehmen. Die wirken einfach nicht stärker. Was ich den Leuten auch empfehle, ein leichtes Beruhigungsmittel. Vor allem, wenn die Leute eben so ein bisschen zur Aufregung schon neigen, da ist es sicherlich sinnvoll, auch dass sie, ja, Baldrian ist gut, aber sie können auch mal ein leichtes Beruhigungsmittel geben. Ich muss bloß den Leuten immer dazu sagen, man sollte nicht jeden Tag Beruhigungsmittel einnehmen, dass man nicht abhängig wird davon. Aber sonst kann man das schon auch mal für solche Notfälle geben, denn eine hypertensive Entgleisung, vor allem, wenn es noch Kopfschmerzen gibt und so weiter, ist nicht richtig gut und ist auch nicht richtig lustig. Vor allem, wenn die systolischen Werte weiter über 200 sind, ist es schon auch mal gefährlich, dass es einfach mal einen Schlaganfall gibt. Okay, okay, sehr gut. Dankeschön. Heiko fragt, wenn man über Jahre hinweg Schmerzen hat und dadurch auch viele Medikamente, Schmerzmittel nehmen muss, kann das auch zu Bluthochdruck führen und kann der Bluthochdruck auch wieder sinken? Welche Schmerzmittel werden bei Rücken- und Gelenkschmerzen, bleibt Bluthochdruck empfohlen? Ja, also das ist ein sehr gutes Thema. Das häufigst verordnete Medikamente in Deutschland sind die nicht-stereoidalen Antiflogistika, heißen die Gruppe. Das ist zum Beispiel das gute Ibuprofen, viele Leute kennen das, oder Diclofenac, Voltaren und so weiter. Diese Gruppe hat es an sich, das richtig schönen Hochdruck macht. Ach was? Ja, die halten etwas Flüssigkeit zurück und die führen richtig zum Hochdruck. Deswegen bei Leuten mit Hochdruck keine guten Medikamente. Auch übrigens Nierenschäden. Die machen auch Nierenschäden, diese Medikamente. Was da besser ist, es gibt Medikamente, aber gut, nichts hat bloß positive Seiten. Es gibt ein Medikament, das Novamin-Sulfon. Novalgin als Handelsname, muss man auch ein bisschen aufpassen, weil es in sehr, sehr seltenen Fällen mal Blutbildveränderungen machen kann, muss man auch den Leuten sagen. Ansonsten, was da auch ganz gut ist, ist da Morphine. Morphine sind zwar schon kräftige Medikamente oder Morphin-Abkömmlinge, Dramadol zum Beispiel. Da gibt es aber schon Möglichkeiten, dass man das einstellt. Was sonst auch wirkt, Paracetamol kann mit hoher Dosierung mal Leberschäden machen. Ansonsten wirkt es meistens aber nicht so richtig ausreichend. Aber da muss man besprechen. Es gibt auch da Spezialisten, sogenannte Schmerztherapeuten. Das sollte man schon machen. Chronischer Schmerz führt natürlich auch zu Riesenstress und das führt zu Hochdruck. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch Kortison, ganz nebenbei gesagt, was ja auch häufig bei so Schmerzen genommen wird, führt auch zu Hochdruck. Tatsächlich, das klingt ja so, Rücken- und Gelenkschmerzen, das klingt genauso nach Ibuprofen, Voltaren und Cortison. Genau, Cortison würde ich gerade sagen. Ne, das ist schon, also da muss man wirklich gucken, also da, wenn man da nicht zu reden, dann kommt mit den Schmerzen. Schmerztherapeut ist da schon wirklich angesagt. Da gibt es übrigens auch bei uns im Klinikum eine Schmerzambulanz, da kann man sich das auch mal vorstellen und dann in Rücksprache mit den Kollegen der Kardiologie dann auch mal gucken, ob man vielleicht was findet. Weiß ich nicht, vielleicht ist das eine Möglichkeit, Heiko. Conchita fragt noch einmal, wann sollte man zusätzlich zu den Blutdruckmedikamenten auch ein Diuretikum nehmen? Sollte man diese Medikamente nutzen, wenn man nur ab und zu Wassereinlagerungen hat in den Beinen? Also, Diuretika, wassertreibende Medikamente, auf umgangssprachig genannt, sind sehr gut. Es sind auch die häufigste Ursachen für einen nicht einstellbaren Hochdruck, ist das Fehlen eines wassertreibenden Medikamentes in richtiger Dosierung. Man spricht von einem nicht einstellbaren Hochdruck, wenn man drei Medikamente nimmt und noch nicht gut eingestellt ist oder vier Medikamente braucht, um sinnvoll eingestellt zu sein. Diuretika sind eigentlich im Prinzip sinnvolle Medikamente. Man muss bloß aufpassen, eins dieser Medikamente, das Hydrochlorothiazid, kam jetzt etwas in Verruf. Bei hoher Dosierung, langer Anwendung, hat es die Rate von gutartigem Hautkrebs erhöht. Die Basaliome. Da muss man gucken. Es gibt aber auch andere. Also wenn sie Bluthochdruck, wenn man hat, ist es ja so, dass man früher, wenn man ein Medikament genommen hat, höchst dosiert, Zerhaltshimmatagonisten oder zum Beispiel auch den ACE-Hämmer, Medikamente, die an der Niere angreifen, die aber auch mal Reizhusten zum Beispiel machen können, der ACE-Hämmer. Heutzutage macht man es eigentlich so, nicht mehr in hohen Dosierungen, sondern ein Kombinationspräparat. Eigentlich schon früh in der Therapie. Und da es eine typische Kombination ist, zum Beispiel eben ein Sartan oder ACE-Hämmer mit einem sogenannten Kalziumanagonisten und dann kommt eigentlich auch schon das Diuretikum dazu. Diuretika alleine auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ein Leverkusener Medizinexperte hat es ja mal empfohlen als Medikament der ersten Wahl. Da wäre ich ein bisschen zurückhaltender, weil es eben vor allem bei alten Leuten, die schon nicht viel trinken und wenn man dann noch ein Diuretikum gibt, die kann man richtig austrocknen. Das ist eben nicht gut. Und deswegen eben als Kombinationspräparat ja, sicherlich häufig sinnvoll. Da gibt es auch verschiedene wassertreibende Medikamente, die da vor allem auch sehr gut sind, den Blutdruck gut senken. Als Kombinationspräparat ja, schon frühzeitig geben. Als allererstes Medikament werde ich zurückhaltend. Okay, sehr gut. So, und wir haben Ihnen noch eine Überraschung mitgebracht. Und zwar bekommt ja Professor Schwimmig eine ganz neue Räumlichkeit. Ein ganz neues, tolles, schickes Herzkatheterlabor haben wir ja gebaut. Sind in den allerletzten Zügen. Und zu diesem Herzkatheterlabor, also das ist quasi der Ort, Sie werden das vielleicht auch noch kennen, wo eben das Herz auch mit untersucht wird, die Gefäße und so weiter. Professor Schwimmig kann das viel besser erklären. Zudem gibt es auch einen ganz tollen neuen Hybrid-OP. Und den haben wir für Sie einmal abgefilmt. Und nochmal zur Erklärung, ein Hybrid-OP, das ist, wie der Name schon sagt, Hybrid, es ist ein Operationssaal, wo aber ganz viele Geräte drinstehen, ganz viele Anlagen, die Bildgebung machen. Also eine Angriographieanlage, Computertomographie, Röntgen, ist alles mit dabei. Damit man eben diese ganz modernen, minimalinvasiven Ansätze durchführen kann, außerdem eine Untersuchung machen kann und wenn nötig, dann auch direkt den Eingriff. Dann muss man nicht nochmal wiederkommen. Und das ist, glaube ich, auch besonders wichtig für diese kleinsten anatomischen Strukturen und eben für die ganz dünnen Gefäße im Herzen. Ja. Okay. Wollen wir uns das Video mal anschauen? Und Sie müssen ein bisschen erklären, was wir da eigentlich sehen. Ja. Gut. Also das ist unser neuer Hybrid-OP. Wie Sie hier sehen, wir kommen hier rein über die Schleuse. Man kann da drin eben auch richtige Operationen machen. Das ist alles unter sterilen Bedingungen. Aber der Vorteil ist, dass es auch eine Röntgenanlage gibt. Die Röntgenanlage, die wir da drin haben, ist die neueste Bauart. Mit der können Sie Bilder machen, wie beim Computertomographen. Und wir haben hier natürlich auch jede Menge, eben dann die großen Bildschirme. Wir haben hier noch viele andere Geräte verbaut für Kontrastmittelinjektionen, für Messungen, Ultraschallgeräte. Sie sehen hier alle Mengen von Monitoren zum Überwachen, um da Eingriffe zu machen. Wir können da auch Klappeneingriffe machen. Das ist hier ein zweiter Raum, ein weiterer Raum, bei dem Herr Fahrik, einer der Elektriker, wie ich das nenne, Elektrophysiologe, hier kann man das Vorhofflimmern behandeln. Wir haben immer das Problem gehabt, dass wir so lange Wartezeiten hatten, obwohl wir es sehr gut machen, täglich gemacht haben, diese Eingriffe für Ablationen. Mittlerweile können wir jetzt dann, die gehen jetzt dann in Betrieb, auch zwei Ablationen am Tag machen, sodass wir hoffentlich die ganzen Wartezeiten auch beseitigen können. Und wir sind wirklich froh. Wir haben noch ein drittes Katheterrapor dabei, wo wir eben unsere ganzen Herzinfarkte, wie ich Ihnen erzählt habe, zurzeit ist wirklich viel los mit den Infarkten. Wir sehen im Jahr ungefähr 500, gut 550 Infarkte, was schon wirklich viel ist. Und ja, was leider eben, die Leute leben auch nicht gesünder, leider noch nicht. Das Rauchen wird zwar weniger, aber andere Risikofaktoren kommen auch. Zum Beispiel auch die Corona-Zeit hat den Leuten gar nicht gut getan. Fast jeder Mensch hat ein bisschen Gewicht zugelegt, was nicht gut war. Das ist, wir hoffen jetzt, dass wir wieder einmal in normalen Betrieb kommen, die ganzen Sportclubs wieder aufmachen, die ganzen Fitnessstudios. Und wir können uns bewegen und können uns, ja, aber gucken wir mal im Moment. Noch etwas angespannt, wir müssen eben vorsichtig sein und uns den Problemen stellen. Es hilft jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sich nicht impfen zu lassen. Der Virus, der wird nicht unterscheiden, ob man geimpft ist oder nicht. Der betrifft alle und der betrifft halt vor allem, die, die nicht geimpft sind. Das ist leider so. Genau. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage, die passt ganz schön als Abschluss. Und zwar, wie kann ich eine Selbsthilfegruppe finden, fragt Manu. Dazu haben wir ja heute schon auch ein bisschen was erzählt und auch eine Folie gezeigt. Also das Schöne ist, wir stellen ja nachher den Vortrag online. Das heißt, wir haben eine ganze Mediathek mit allen Vorträgen der Dialog-Gesundheitsreihe. Und da können Sie dann auch noch mal die Folie nachsuchen, wo die Selbsthilfegruppen einmal aufgeführt sind. Ansonsten gehen Sie auf die Webseite klinikum-lev.de Schrägstrich rund ums Herz. Das sind auch die Selbsthilfegruppen zum Beispiel dabei oder herzstiftung.de. Und die bringen auch immer so tolle Magazine heraus. Hier das speziell eben zum Thema Bluthochdruck. Und da gibt es dann ganz viele schöne Informationen. Oder Sie können auch an der Selbsthilfegruppe teilnehmen und sich so ein bisschen austauschen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Professor Schwimmbäck. Vielen Dank, dass ich hier da drin durfte. Ja, wir freuen uns, dass Sie ein bisschen was heute erzählt haben. Sehr schön. Und ich freue mich auf nächsten Monat zu Dialog Gesundheit. Da geht es diesmal um das Thema Kinder und Infekte. Als Familie gut durch die kalte Jahreszeit. Und ich glaube, das ist echt ein Thema, was gerade aktuell bei allen irgendwie auf der Agenda ist. Es gibt ja ganz viele Erkältungs- und Viruserkrankungen. Gerade irgendwie jeder ist gefühlt krank. Die Kinder können kaum in die Kita oder in die Grundschule. Bei uns, die Kinderklinik ist voll mit infektiösen Kindern. Mit RS-Virus vor allen Dingen auch viel. Genau. Und da wird eben Dr. Eichhorn uns so ein paar Tipps nochmal geben. Und da schauen wir nochmal drauf. Das ist am 14. Dezember, am 2. Dienstag im nächsten Monat. Da sehen wir uns wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. – – – Untertitelung des ZDF, 2020